Bevor es jetzt losgeht, noch ein kleiner Reminder, dass das, was ihr gleich sehen werdet, nicht optimal von der Qualität ist. Also scheiße! Ja, wir haben es ja jetzt zum allerersten Mal ausprobiert und wir haben dann festgestellt, nachdem wir es geguckt haben, wahrscheinlich, weil wir die Qualität vom Video zu hoch skaliert haben, es stockt, es stockt sehr viel, es läuft sehr langsam ab und es läuft nach. Aber wir dachten uns, dass es einfach langweilig ist, jetzt, wenn wir uns schon die Mühe gemacht haben, das mit Video zu machen, euch einfach nur eine Audiospur bereitzustellen. Deswegen, jetzt beim ersten Mal wird es eben in so einer beschissenen Qualität sein, aber wir geloben Besserung, wir werden uns dransetzen, dass es beim nächsten Mal, weil wir können uns gut vorstellen, ihr werdet sicherlich mehr davon haben wollen, besser wird. Wir geloben es hoch und heilig. Trotzdem jetzt viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß. Tag auch, Leute. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. In der 67. Folge von Über Tage sprechen wir nämlich heute über dieses unsägliche Video Antifaschist trifft Polizist. Und zwar in einem Reaction-Video, was wir aber gleichzeitig auch auf unseren sonstigen Kanälen hochladen wollen, also doppelt gemoppelt dieses Mal. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Action. Wir haben fünf Minuten, glaube ich, bisher gesehen, danach mussten wir abbrechen, weil wir es nicht ertragen konnten und haben dann nur auf Instagram abgehatet. Aber jetzt nehmen wir es nochmal auf uns und zwar für euch, weil es war unfassbar, wie viele Leute sich das gewünscht haben. Deswegen starten wir mal. Ich würde es schnell hinter mich bringen. Ja, auf jeden Fall. Neben mir sind Polizisten in Flammen aufgegangen, weil sie mit Monkopfkopf beworfen worden sind. Warst du beim G20-Gipfel dabei? Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Warum wärst du gerne beigedriffen? Ja, ich hätte auch gerne Steine geschmissen und Sachen mitzündet. Warum willst du Autos anzünden? Warum werden Polizisten mit Steinen geworfen, weil sich Politiker treffen? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich bin verfechter der Selbstjustiz, wenn es sein muss, auch bis zum, ja, Tod der anderen Personen. Personen, die eben ACAB tragen. ACAB ist sie, ja. Ich meine direkt halt, wer sagt halt sowas? Wer setzt sich halt in eine Fernsehshow und sagt, ja, bis zum Tod der anderen Personen? Das ist doch halt... Das ist ja noch nicht mal was zu Leuten, denen man das vielleicht nachsagen würde, jetzt im Jugendwiderstand. Das haben ja selbst die nicht in ihrer RT-Deutsch-Reportage gesagt. Aber egal, das... Wie geht's dir damit, wenn hier jemand dir gegenüber sitzt, der übersetzt sagt, alle Polizisten sind Bastarde? Das ist nur geworden, Leroy. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und meine heutigen Gäste begegnen sich normalerweise in einer ganz anderen Atmosphäre. Ich treffe zum einen heute auf Punk. Punk bezeichnet sich selber als linksextremen Antifaschisten. Und er war bisher auf mehr als 50 Demonstrationen der Linksszene. Auf genau diesen Demos kommt er natürlich auch mit der Polizei in... Ja, Paprika. Ja, Paprika, Punk. Was gibt's? Ja, das ist ein Kontakt, die bekanntermaßen in diesen Kreisen keinen besonders guten Ruf hat. Nach eigenen Aussagen wurde er von der Polizei schon öfter mit Gewalt bedroht, Grundpolizei kontrolliert oder angezeigt, unter anderem wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Und ich werde heute auch Michael treffen. Michael ist Polizist und überbrachte schon unzählige Demonstrationen von verschiedensten Gruppen. Er hat eben dieses zusammengekauft, aber das wirkt auch... Also er sieht halt aus wie so ein linken, noch nicht mal so Jahrtausender, wenn das sind, eher so 90er. Ich weiß nicht, wie viele Linke ich so in meiner Zeit gesehen habe, die wirklich noch mit so BW-Parker irgendwie rumlaufen. Gibt's eigentlich nicht mehr. Und vor allem noch Palituch. Ey, der Typ, der fliegt aus jedem linken Zentrum. Ich würde wirklich sagen, zu Recht steht diese Verschwörungstheorie im Raum, dass es sich hier um einen Spitzel oder was auch immer handelt. Eher wahrscheinlich den eingekleideten Bullen oder Nazi, der da herum... Ich würde sagen, aber wir gehen trotzdem so ran, dass wir erstmal seine Ausnahenaussagen so verfolgen und uns das mal anhören, was der gute Punk zu sagen hat. Sehr, sehr unvoreingenommen, total. Dem Hassleben, der ihm von Leuten wie Punk entgegenschlägt und wie er genau damit umgeht, das wird er mir heute erzählen. Bevor es losgeht, könnt ihr natürlich diesen YouTube-Kanal noch aktivieren und die Glocke abonnieren, um keines dieser Videos mehr zu verpassen. Und wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr wollt mal mit dabei sein, dann meldet euch einfach. Also bei uns ist es natürlich auch so, dass bestimmt 70% uns verabschiedet haben. Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr hier seid. Alles klar, was? Ja. Ja? Ja. Noch sehr ungewohnt, aber ansonsten noch sehr ungewohnt. Alles gut. Ja, man hat ja nicht alle Tage so ein Interview, Kameras, Licht und alles. Aber ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die euch noch gar nicht kennen? Ja, ich bin Punk, bin mittlerweile 22 Jahre alt und bin in der linksextremen Szene und... Wer sagt von sich... Also habt ihr jemals in eurer Laufbahn in der linksextremen Szene jemanden kennengelernt, der wirklich von sich selber sagt, hey, ich bin in der linksextremen Szene. Niemand macht das. Das ist so fucking skurril, oder? Der hat es noch nie gehört, ja. Also das war auch das, was man direkt so... Ja. Und heute hier. Ja. Okay. Und zu meiner linken? Ja, zur linken sitzt Michael. Bin 50 Jahre alt. Bin Leiter der Versammlungsbehörde in Hamburg. Bin seit jetzt knappen 33 Jahren bei der Hamburger Polizei. Okay, ja, ich sehe schon. Da sind einige Sterne. Du hast vielleicht dementsprechend auch einiges zu erzählen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch und würde dich als allererstes gerne mal fragen. Punk nennst du dich heute. Du hast gerade schon gesagt, du bist linksextrem in der linksextremen Szene. Ist das dieser Antifaschismus oder so? Ich habe keine Ahnung. Die linksextreme Szene ist halt eine lose Szene. Dort sind Antifaschisten drin. Theoretisch ist jeder, der gegen Faschismus ist, ein Antifaschist. Also nicht jeder Antifaschist ist in dieser linksextremen Szene drin. Aber dann wäre ich ja auch ein Antifaschist. An sich bist du das, ja. Aber du bist ja nicht in der linksextremen Szene drin. Aber trotzdem Antifaschist. Was bist du denn? Weil es gibt ja die, ich kenne die Linkspartei, die sitzt im Bundestag. Ich bin ja linksextrem. Extrem. Ich muss das noch vier, fünf, sechs Mal sagen, damit der Zuschauer auch versteht, ich bin extrem. Damit das schon mal ganz klar ist. Was heißt das für dich? Gewaltbereit. Also egal, ob wir gegen Sachen oder gegen körperlich Nazis angreifen oder halt auch Marikaden bauen. Vor allem, wer spricht auch dabei Gewalt gegen Sachen. Das ist doch immer diese Trennung, die aufgemacht wird, wo man eben sagt, das ist nicht das, was wir eben als Gewalt definieren, wie Sachbeschädigungen und so weiter. Um eine Forderung durchzusetzen. Also da gibt es dann keine echte Grenze für dich. Warum bist du heute vermummt? Ich meine, wir zwei sitzen frei hier, aber was hat dich dazu behoben? Ja, als Linker sage ich jetzt mal, muss ich zum einen vielleicht mit Repräsentationen von der Polizei rechnen. Zum anderen geht die Gefahr von Rechtsextremen aus, die mich erkennen könnten und dadurch mir dann Gewalt antun oder auch Leuten, die ich kenne. Aber es geht zum Beispiel auch Gefahr von einigen Linken aus, denn die linke Gruppe ist so zersplittert mittlerweile, dass es aus den eigenen Reihen Gewalt haben gegen die eigenen Leute gibt. Wie bist du selber dazu gekommen? Also das ist ja nebenbei, muss man auch wirklich mal sagen, halt schon ein ziemlicher Mythos, der da auch eigentlich speziell vom Fassungsschutz normalerweise geschaffen wird und der jetzt hier von Punk mit aufgebaut wird, dass jetzt also eine große körperliche Gefahr ausgehen würde von anderen Linken. Also das ist doch eine sehr, sehr, sehr große Seltenheit. Ich meine, wie gesagt, bei Punk würde ich mich wirklich nicht wundern, wenn der Typ dann, wenn er tatsächlich ein Linker ist, auf die Fresse bekommt nach der Nummer, die er da jetzt allen Linken geleistet hat. Aber im Allgemeinen ist das doch ein Phänomen, was quasi nicht existiert. Da gab es auch diese witzigen Geschichten von wegen mit diesen Notfall-Hotlines für Linksextremisten, wenn man aussteigen will, wo dann irgendwie da drei ernsthafte Fälle in einem Jahr oder was weiß ich waren. Also das ist... Aber ich möchte nochmal die Theorie in den Raum stellen, das ist vielleicht jetzt meine Erklärung für das Ganze, vielleicht ergänzt das das nochmal um eine weitere Theorie, dass er sich einfach in der Zeitmaschine aus den 90ern aus Berlin gesetzt hat und er ist da direkt von der 1. Mai-Demo hier hingereist und zufällig in die Sendung von Leroy gestolpert. Aber ich glaube, da waren die auch nicht so glänzend, die Sachen, die die Leute getragen haben, die ganzen Schuhe und Jacke. Das ist schon sehr glänzend. Man kommt ja nicht auf die Welt und denkt sich, okay, ich bin jetzt Linksextrem. Angefangen hat das 2015, 2016, als ich 15, 16 war, als ich mich als Punk identifiziert habe oder dazu gekommen bin, dass ich Punk bin. Das ist ja eine Lebenseinstellung. Ja, und dann halt Leute kennengelernt habe, die auf Demos gegangen sind und so bin ich da halt dann in diese Szene reingerutscht. Das war halt so ein fließender Verlauf von überhaupt nicht in dieser Szene. Also das muss man ja auch mal wirklich sagen, alles, was der sagt, klingt halt wie aus dem Lehrbuch vom Verfassungsschutz. Also diese ganzen Vokabeln, Linksextremismus, was bedeutet das, wenn du dich als Linksextrem definierst? Das bedeutet, ich bin gewaltbereit und setze gewaltbereit meine linken Ansichten durch. Ich bin in die Szene reingerutscht. Das ist ja wirklich das, was du immer in diesen Dokumentationen darüber und immer dann von diesen VS-Experten halt da drin gesagt bekommst. Genau dieses Vokabular einfach abgeschrieben. Diese Szene rein. Okay. Aber wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 22. Das heißt, seit? Sechs Jahren. Sechs Jahren so richtig da mit dabei. Würdest du dich selber auch als Antifaschist bezeichnen? Natürlich, ja. 100 Prozent. War doch schon geklärt. Was genau steht in deiner Strafakte jetzt aktuell? Also, außerhalb von Demo nur ein Ladenliebstahl. Verwendung verfassungswidriger Kennzeichnen. Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun, die ich vor dem Kampfsein hatte. Da war ich nämlich genau in der anderen Szene. In welcher Szene? In der genau anderen Szene. Du hast recht. Ja. Womit wir im Übrigen das nächste Klischeebild bedient haben. Links, rechts, alles das Gleiche. In welcher Szene du letztendlich auftauchst. Es geht nur um Gewalt und ist halt ein reiner Zufall. Halt der Freundeskreis, in den du halt reinrutscht. Das ist das Einzige, ob du jetzt links oder rechts wirst. Und er hat halt vorhin einen Freundeskreis gehabt. Jetzt hat er den Freundeskreis gewechselt. Jetzt ist er halt links. Das ist halt die Grundeinstellung. Das ist einfach dieses extremistische Weltbild. Und da wandelt man dann zwischen Islamismus, Rechtsextremismus und Linksextremismus. Und das ist auch alles ein fließender Übergang. So, es gibt diese Biografien von Leuten, das stimmt. Und es gibt auch wirklich Leute, die auch in der Linken sind, die einfach nur da sind, weil sie halt gewaltaffin sind. Wo man wirklich sagen kann, dieses klassische Bild von, so, da hättest du würfeln können und du weißt nicht genau, bei was der jetzt rauskommt. Das ist reine Glückssache. Aber das ist so ein winziger Teil. Und die allermeisten Leute, die da ankommen, dass sie wirklich ein gefestigtes, irgendwie geartet sozialistisches Weltbild haben, kommunistisch, anarchistisch, laufen sehr selten Gefahr, dann eben Nazis, Faschisten oder Islamisten zu werden. Also ich habe, glaube ich, eine Person in meiner gesamten Zeit über zehn Jahre jetzt in der linksextremen Szene kennengelernt, die wirklich übergelaufen ist und wo man das so eins zu eins sagen kann. Und auch in dieser gesamten Zeitraum ist das, also wirklich, kann man das an einer Hand abzählen, was es da an Fällen gab von wirklich jetzt. Und das muss man sagen, dass viel häufiger Leute, die, also wo ich auch mitbekommen habe, die mal türkische Nationalisten bis hin zu Faschisten waren oder das jetzt nicht aus einer persönlichen Erfahrung, aber das kennt man ja dann wirklich, dass es Nazi-Aussteiger gibt, die dann zumindest Sozialisten werden oder teilweise Anarchisten, Kommunisten. Das gibt es häufiger. Und das gibt es viel häufiger, auch wenn es wenige Fälle sind, als dass Leute aus der Linken da hingehen. Und da muss man dann auch sagen, das machen sie dann meistens wegen bestimmten Linien in ihrem Denken, die sie dahin dann übertragen, die schon vorher vorhanden waren. Und nichts, was sich explizit aus dieser Theorie oder Tradition entwickelt. So, bis hierher haben wir alles schon gesehen. Wir haben ganz recht nach ganz links gewechselt. Ja, und dann Landfriedensbruch, Vermummung, wobei das eher eine Ordnungswidrigkeit, glaube ich, ist. Nicht angemeldete Demos, also teilgenommen. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Beleidigung hatte ich noch. Und du selber bist wie zum Polizisten gekommen? Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, aus familiären Gründen. Also mein Vater war bei der Bundespolizei. Der Weg zeichnete sich einfach so ab, dass ich den Beruf, den er ausgeübt hat, total interessant finde. Dass er durch ganz Deutschland gefahren ist und spannende Sachen erlebt hat. Und wie er mir das erzählt hat, die Sportlichkeit, die damit zugehörte und der Beruf der Abwechslung, das fand ich total interessant. Und deswegen habe ich mich auch für den Beruf entschieden. Ich habe eben schon an sehr, sehr vielen Demonstrationen teilgenommen, die vielleicht gekippt sind und wo es eben gewalttätige Ausschreitungen gegeben hat. Nicht so gegen Sachen oder wo Barrikaden gebaut sind, sondern wo dann eben auch Personen oder dann auch wir als Mensch angegriffen worden sind oder als Polizist angegriffen worden sind. Krass. Das hast du selber erlebt? Das habe ich selber gelegt. Neben mir sind Polizisten in Flammen aufgegangen, weil sie mit Monotov-Cocktails beworfen worden sind. Und das jetzt nicht nur aus einer Szene, sondern es gibt natürlich ganz viele Anlässe, warum man natürlich auf Demonstrationen fährt. Was genau hast du auf so einer Demo dann zu tun gehabt? Also ich habe ja in verschiedenen Positionen da gearbeitet. Einerseits gibt es dann eben das, wo man eben vorweg geht und aufpasst, dass da keiner reinfährt. Und dann gibt es eben auch Demonstrationen, wo die Polizei dafür da ist, diese Demonstration sowohl von innen als auch nach außen zu schützen. Ah, okay. Das heißt, jetzt in Extrem gesprochen, wenn Linke demonstrieren, dann schützt ihr sowohl die, die außen rum sind, davor, dass Linke keine Gesetze brechen, aber die Linken auch vor vielleicht Rechten, die von außen angreifen wollen würden. Genauso auch andersrum, ja. Für was gehst du denn auf die Straße? Obwohl man muss ja sagen, einmal habe ich das, vielleicht ein paar Mal habe ich das in Dortmund erlebt, dass das tatsächlich passiert ist. Aber ich würde mal direkt sagen, das kann man glaube ich anzweifeln, dass Polizisten linke Demonstrationen vor irgendwas schützen. Man muss auch hier an der Stelle wirklich mal festhalten, was da halt für ein Szenario aufgebaut ist. Wir haben auf der einen Seite wirklich einen gefestigten, mit 50er Familienvater, der schon seit 1000 Jahren bei der Polizei ist, mit seinem Gesicht auftritt, erstmal auf die meisten Menschen wahrscheinlich sympathisch wirken wird, weil er halt einfach offen auftritt, weil er gut sprechen kann, weil er einfach erstmal jemand ist, den man, wenn man jetzt so auf der Straße trifft, erstmal als sympathischen, ruhigen Typen wahrnimmt. Und dann haben wir halt Punk. So, und dazu muss man ja nichts mehr weiter erklären. Also dieses Gefälle ist ja halt unfassbar krass so. Wobei es natürlich noch dazu sagen muss, es ist ja in der Linken sehr, 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 sehr viele Menschen geben würde, die auf einem Level mit dem, ich weiß nicht, ob ich den Namen für wieder vergessen, Wolfgang oder wie der heißt, da auftreten könnten. Das ist ja keine Sache, dass es das nicht geben würde oder so. Mehr als 50 Demos, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also überwiegend waren es Demo gegen rechts, dann war es mal eine Demo gegen Polizeigewalt, eine Demo gegen Hausdurchsuchung, gegen Abschiebung. Warst du beim G20-Gitgl dabei? Leider nicht, war ich noch zu jung, ich durfte nicht. Leider nicht? Leider nicht. Warum wärst du gerne dabei gewesen? Ja, ich hätte auch gerne Steine geschmissen und Sachen anzündet. Warum, warum, Entschuldigung, mal konnte das an meine Reaktion werden. Warum hättest du gerne Steine geworfen? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum ist da das Gut von anderen Menschen einfach falsch? Warum willst du dieses Gut angreifen? Warum willst du Autos anzünden? Warum werden Polizisten mit Steinen geworfen, weil sich Politiker treffen? Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, weil das die mächtigsten Politiker entscheiden über den Rest der Welt, über die armen Menschen. Und die Politiker sind alle weiß und die entscheiden über alle Menschen. So, weltweit, auch über Länder, deren Politiker dort gar nicht teilnehmen. Reicht es nicht als... Stabile Analyse von Punk an der Stelle. Das Problem ist, dass sie alle weiß sind, was noch nicht mal stimmt, glaube ich. Nicht, weil da geht es vor... Aber es ist ja auch egal, was er sagt. Im Endeffekt. Vielleicht, was ich auch ganz interessant finde, bezüglich dem Ganzen, wie überhaupt auch sein Ansatz von linker Politik dargestellt wird. Also es ist ja wirklich nur dieses Bild, wie man sich halt dann auch den Linksextremismus vorstellt. Und der besteht halt aus Gewalt und Demonstration. Und nichts dahinter wird erklärt. Und dann, ja gut, dass dann so die Theoriebaustücke ausschauen, die dann da präsentiert werden, das ist ja jetzt auch kein Wunder. Als Masse zu schreien, zu jubeln, zu skandieren, Plakate zu zeigen, wund zu sein, laut zu sein. Warum muss ich das Auto von Herrn Müller in der Elbschussee anzünden? Ich würde dort diese Gewalt auch nur gegen staatliche Institutionen einsetzen. Also gegen... Es gibt also doch Grenzen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo die sich getroffen haben, aber gegen das Gebäude, gegen die Fahrzeuge, der Politiker und, ja... Hast du Kinder? Punk überrascht dich. Ich kann nicht verstehen, was du da für ein... Daraus erhoffst, wenn du jemanden wie Michael, der dann seine Schicht hat, und dann wieder nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern fährt, so seine Uniform auszieht und dann nehmen die Kinder den in den Arm, warum man so jemandem dann Stein an den Kopf wirft, in der Hoffnung, dass sich dadurch irgendetwas ändert. Ja, ich sag mal so, also... Das hat mich gerade so krass daran erinnert an... Ich weiß nicht, ob ihr das Video von Feinsand Fischfilet zu ihrem Musik-Track Wut kennt, wo das ja super gezeichnet ist, dieses Bild, was Leo da beschrieben hat. Dass also dann, ja, der Polizist nochmal vor seiner Arbeit seine Kinder in den Arm nimmt, nochmal die nett zudeckt und so weiter, und dann fährt er los zu seiner Arbeit und seine Arbeit besteht darin, dann ein Kind abzuschieben, was genauso alt ist wie seine eigenen Kinder und was dann halt beschrieben wird, wie er das also von, ja, dieses Kind, was er dann abschieben muss oder abschiebt, da Amtshilfe leistet, wie man so schön sagt, ja, dann eben von seinem Vater entreißt und von seiner Freundin entreißt und so weiter und dann eben wieder dieses, wie er dann nach Hause kommt und wieder seine Kinder dann wieder zudeckt und das ist vielleicht nochmal eine Sache, die man auch im Hinterkopf behalten kann. Dass es ja auch eine Schizophrenie ist, die da ausgeht, ne, von der Arbeit, die die Polizei da macht. Die Linken haben es ja wohl schon jahrelang versucht, irgendwas zu ändern, so an diesem Staat. Formulier mal bitte ein Ziel, was ihr tatsächlich verfolgt. Antifaschismus. Also das ist so das Ziel, was wirklich alle betrifft. So, was alle aus dieser Szene wollen. Ey, aber komm, komm, das muss man jetzt fangt mal lassen. An der Stelle hat er mal wirklich was Richtiges gesagt. Das gilt ja wirklich für einen Großteil so der radikalen Linken. Ja, was ist ein Ziel, was wir überhaupt richtig formulieren können? Antifaschismus. Also, dass es kein Racial Profiling mehr bei der Polizei gibt, was mitunter vorkommt, sicherlich. Dass es bei Behörden kein Rassismus mehr gibt, dass Menschen mit anderer Hautfarbe ihre Anträge später bearbeitet werden oder so, dass Menschen, die anders aussehen, häufiger kontrolliert werden in Läden oder sowas halt. Das sind alles Sachen, über die man reden sollte. Aber genau das meine ich, über die man sprechen sollte. Ich tue mich halt so schwer damit, dass wenn ich... Ich glaube, so fest daran ist, wenn man immer weiter irgendwie liebevolle Botschaften rausfindet, dass man dann am ehesten irgendwie Liebe zurückbekommt, irgendwie das zurückbekommt, was man sich eigentlich wünscht. Wenn ich irgendwo drauf schlage, zu erwarten, dass dann irgendwie was Liebevolles zurückkommt, das weiß ich nicht. Ich habe das noch nie in meinem Leben zumindest erlebt, dass es funktioniert. Aber ich bin trotzdem jetzt an der Stelle auch mal gespannt auf die Meinung der Zuschauer. Habt ihr selber schon mal irgendwie so Erfahrungen gemacht, die Punk heute berichtet hat? Und habt das Gefühl, es muss sich irgendwas ganz deutlich ändern? Was ist das aus eurer Sicht? Und was ist aus eurer Sicht der effektivste Weg, um dieses Ziel zu erreichen? Für was für Geschichten? Ja, aber guck mal, da muss man ja auch wirklich sagen, das ist halt ein Problem. Also, ja, jetzt versuche ich da mal wirklich an dem, was Punk sagt, zu argumentieren, was er jetzt da sagt, bezüglich dem, ja, wir wollen Antifaschismus, wir wollen Racial Profiling beenden. Wenn du das als eine Rechtfertigung dafür nimmst, dass du sagst, aufgrund dessen muss militant gehandelt werden und aufgrund dessen muss dieser Staat direkt hinterfragt werden und der Kapitalismus und im Endeffekt abgeschafft beziehungsweise transformiert werden, ja, dann werden die Leute dir auch sagen, ja, gut, das sind alles Sachen, ja, da kann man drüber reden, das können wir innerhalb des Systems doch, da können wir doch alle drüber sprechen, das sind doch jetzt keine hehren Ziele. Ja, natürlich, wenn du nicht sagst, dass du diesen Hauptwiderspruch ausmachst, oder sagen wir mal einen Widerspruch ausmachst von Kapital und Arbeit, dass so, wie dieses System jetzt funktioniert, es grundsätzlich halt diese ganzen Probleme produzieren wird und dass das in den Grundfesten eigentlich angelegt ist und wenn du das nicht radikal hinterfragst, dann können die Leute immer so reagieren, wie Leeroy und der Herrn Blau das dann da machen würden und das ist auch das Problem, weil, ja, jetzt steht er halt da als, ja, gut, ich mach das halt einfach, weil es mir nicht schnell genug geht oder weil ich das irgendwie geil finde und deswegen ist es so wichtig, bei einer Rechtfertigung von Militanz nicht auf diesen ganzen moralischen Hickhack zu sehr einzugehen, sodass wir beide Gewalt hinterfragen, das ist klar, da könnt ihr auch in die Folge rein, und dann werden wir eine ganze Folge zu Gewalt und Militanz gemacht, aber wichtig, wichtig ist bei einer Diskussion um Militanz eben zu sagen, wo liegt die Knacks von diesem Widerspruch und warum braucht es militantes Handeln, weil es einfach im System anders sonst nicht geht. Und dann bereit, ja, selber zu kämpfen, also jemand anderen zu verletzen oder Dinge kaputt zu machen, aber vor allem auch Menschen irgendwie Leid zuzufügen? Äh, gegen Rassismus. Wenn jetzt ein Mob aus 10 gewaltbereiten Nazi-Hools irgendwelche Minderheiten jagt, dann würde ich da auch gewaltbereit reingehen. Das Gleiche auf einer Demo, wenn irgendwo eine AfD-Demo oder irgendeine Demo des rechten Spektrums ist und dort dann Teilnehmer dieser Demo aus der Demo ausbrechen und andere Migranten oder andere Minderheiten jagen, wie das ja einmal in Chemnitz der Fall war. Auf der Demo gab es dann erst quasi friedlich, die ersten paar Stunden und dann wurden, als ich das so ein bisschen leerte und nur noch die Hardcore-Demo-Teilnehmer dort waren, zum großen Teil wurden dann Nazis gesehen und dann ist ein Block aus mehreren hundert Mann denen hinterhergerannt. Und natürlich haben das Polizisten mitgekriegt und sind dann gleich mit der Pferdestaffel und zwei Wasserwerfern und diesem Räumpanzer vorgefahren und haben uns im Kessel, Eigelkessel, zwischen zwei Gebäuden und uns dort fünf Stunden festgehalten. Warum haben die das gemacht? Äh, ja, weil wir natürlich aus der Demo, aus unserer Demo ausgebrochen sind, um eine andere Demo zu stören und natürlich, weil wir andere Demo-Teilnehmer angreifen wollten und auch andere Straftaten begangen wurden. Es wurde auch Pyrotechnik gezündet, wie ich gehört habe. Wie ich gehört habe. Ähm, ja, und deswegen wurden wir halt gekesselt. Und warum wurde auf den Staat gewartet, dass der einschreitet? Bitte? Wenn bei den anderen Straftaten begangen worden sind, so, warum wurde nicht auf, warum wurde nicht der Polizei Bescheid gesagt? Ja, die Sache ist, wenn man so einen Block aus 100 gewaltbereiten Leuten ist, die nicht sehr viel von der Polizei halten, wird natürlich die Polizei nicht zur Hilfe hinzugezogen. Ist das denn richtig so, Selbstjustiz zu üben, oder dass der, dass die Bevölkerung selber Justiz übt oder Strafe verübt? Ja. Also in meiner Meinung, nach meiner Meinung ja. Ich bin ein Verfechter der Selbstjustiz, weil in manchen Sachen einfach der Staat versagt, sei es deshalb, weil er viel zu überfordert ist, weil Gerichte überfordert sind oder auch einfach, weil Strafen überhaupt nicht angemessen sind. Und wo ist die Grenze? So, das ist ja auch ein Punkt wirklich, das ist ja eine Hauptargumentation, worüber sich eigentlich dann auch Polizei und Gerichte und so weiter legitimieren, weil es ja auch einfach legitimiert ist, dass es also dieses Gewaltmonopol in diesem Staate gibt. Und das ist eigentlich auch ein Punkt, wo wir jetzt als Anarchistinnen sehr gut ansetzen könnten, weil wir das eben aufmachen können, wofür sind denn also, wofür stehen denn diese, dieses Machtmonopol des Staates, Gewalt auszuüben? Und das ist doch in erster Linie, um die Eigentumsverhältnisse zu schützen. Die Hauptgewalt bekommen ja auch faktisch dann eben Leute ab, die schwarz fahren, die irgendwelche illegalisierten Substanzen zu sich nehmen oder sonst wie, was weiß ich, klauen gehen, weil das Geld am Monatsende nicht reicht und so. Und das sind doch Themen, die man halt aufmachen kann an so einer Stelle. Einfach so, ja, die Strafen sind irgendwie nicht so angemessen oder so. Also, das ist halt einfach, boah, das tut halt körperlich weh. Inwiefern die ganze? Wo hört denn die Selbstjustiz dann auf? Nicht nur körperliche Gewalt, sondern wenn es sein muss, auch bis zum, ja, Tod der anderen Personen. Sowieso. Wenn jemand sagt, ich bin rechtsextrem Nazi und irgendwie gefährlich, dann beziehungsweise nicht. Nicht, wenn er das sagt, wenn er Taten darauf folgen lässt, also wenn er jetzt andere Leute angreifen würde, aufgrund seiner Ideologie, dann würde ich mich für die Leute einsetzen und notfalls auch, ja, es erstmal nur mit Gewalt versuchen, aber wenn er halt nicht aufhören möchte, dann auch bis zum Äußersten gehen. Es ist die ganze Zeit so eine Mischung aus, man möchte so viel sagen und ich denke mir einfach nur, jedes Mal, wenn wir stoppen, ich schlag gleich wieder auf die Leertaste, damit das einfach weiterläuft, weil man auch eigentlich nichts dazu sagen hat. Das ist echt furchtbar. Also, man muss das halt wirklich nochmal festhalten, welcher Linker vertritt denn wirklich in der heutigen Zeit überhaupt eine Ansicht von ja, bis zum Tod. Also, das sind im Allgemeinen sehr, sehr wenig Leute und die Leute, die das dann vertreten, das schicken auch ganz was anderes hinter. Diese Art von Person, wie sie da gezeichnet wird oder vielleicht sogar real existiert, wissen es ja nicht genau, also irgendwelche so Punkerkits, die halt auf Demos gehen, klar, können die auch Gewalt vertreten und so weiter, aber es würde doch nie jemand sich in der Öffentlichkeit da hinsetzen und sagen, ey Leute, ja klar, ich schlag halt einfach irgendwen tot, so ernsthaft. Ja, oder wenn sind es halt nur die größten Laberköpfe und die größten Maulhelden, davon gibt es vielleicht eine Handvoll, aber guckt man sich doch mal an, so ohne jetzt irgendwie da wertend über Militanz oder wie sie ausschaut, sprechen zu wollen, aber schaut euch doch einfach mal die Statistiken zu den linksextremen Todesfällen an. So, die kannst du an einer Hand abziehen und die, ich weiß gar nicht, was es da überhaupt nach der Jahrtausendwende noch gab und da sind dann, wenn irgendwie auch so ein ganz dubioser Fall, also das ist nichts, das ist nichts, wo man wirklich drüber reden muss, das ist halt, ja, einfach nur komplett fernab der Realität. Dann für jede Ideologie, also wir sprechen jetzt nicht nur von politischen Einstellungen, wir sprechen ja auch womöglich von kulturellen oder religiösen Einstellungen, wäre das dann, okay, ich stelle mir das Bild jetzt gerade einfach so in der Stadt mal vor, wie das denn ausgeht, wenn jemand eine andere Meinung hat, ein anderes Aussehen hat und womöglich ein anderes Vorgehen hat, werde ich dann sofort als Bürger selber aktiv und muss ich dann, ich bin jetzt dagegen und dann greife ich den jetzt an, stell dir mir vor, dann ist er ein Rechtsextremer, der damit nicht konform geht, der darf das dann bestrafen, weil er handelt dann ja womöglich genauso wie der Linksextreme, der gegen die Rechtsextreme ist, der gegen Rassismus vorgeht und dann habe ich da eine wilde Schlägerei auf der Straße, weil jeder seine Justiz ausüben und was, ich kann mir das gerade, das bildlich bin ich da überhaupt nicht bei, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wäre die absolute Katastrophe, wenn wir alle diese Einstellung hätten, wir können dann bis aufs Äußerste gehen und lassen den Staat dann nicht mehr regulieren und eingreifen, der sich dann auch dazwischen stellt, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, sondern wir schützen ja alle. Ich finde das, ich glaube, du bekämpfst da Dinge mit Mitteln, ich finde das ganz schwierig, weil wenn du selber sagst, okay, das ist schlimm, dass ein Nazi jemanden jagt, der irgendwie schwächer gestellt ist, der Migrant ist, so ist grausam. Die Lösung, den dann umzubringen im Zweifelzweifel, ist aber doch kein bisschen besser. Ist das irgendwie eine coole Art der Strafe oder irgendwie auch der Lanzentum? Ist das so skurril? Wenn du dann sagst, du antwortest mit Gewalt auf Gewalt, glaube ich, ändert sich wenig, oder? Ja, das Problem ist einfach, dass jetzt bei den Fronten links und rechts, die Fronten sind ja so verhärtet, da wird ja keine Front vorher aufgeben unter sich, den Gesetzen beugen, sage ich mal. Warum auch? Die Fronten sind so verhärtet und die Gruppen zum Teil so autonom und staatsfeindlich, dass da eigentlich von staatlicher Seite aus fast keine Repressalien mehr möglich sind, die da einen positiven Einfluss drauf haben. Ich kann ja immer aus meiner Perspektive sprechen, wenn mir irgendwas... Nein, 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 nein. Okay, wir reden nicht darüber. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Wörtern, die keinen Sinn mehr geben. Aber auch weiter. Wenn was Übles passiert, zum Glück finde ich, dass es ja weitestgehend von befreit gewesen, aber wenn mir was passiert, dann rufe ich die Polizei und habe schon das Vertrauen daran, dass irgendwas passieren wird. Bei dir sieht es... Irgendwas passieren wird, ist eine gute Beschreibung. Das stimmt. Wenn ich die Polizei rüffe, wird irgendwas passieren. Denke ich natürlich jetzt, wo wir gerade auch in Hamburg sind, immer wieder an die Bilder, wie ich... Boah, wie lange ist das her? Schon ein paar Jahre her, aber G20-Gipfel. Ich war nicht dabei, ich habe es nur gesehen und muss ehrlich sagen, ich war geschockt. Ich weiß auch noch genau, wie ich da vom Fernder saß und diese Bilder gesehen habe, wie in Deutschland Autos brennen. Teilweise Geschäfte, Häusereien zerstört werden und vor allem Menschen auf Menschen, Polizisten auf Demonstranten losgehen. Und mich würde es interessieren, Michael, warst du da selber mit dabei? Ich war nicht auf der Straße, aber ich war mit im Einsatz, aber in einer anderen Funktion. Habe aber zum Beispiel diese Bilder der brennenden Autos tatsächlich auch vor Augen, weil ich da morgens eben im Dienst war und mir das durch Videoübertragung angucken konnte. Wie das jetzt so behandelt wird im Nachhinein, finde ich halt so geil, so ich weiß noch genau an diesem einen Tag bei G20, was ich da gemacht habe. Als ich morgens aus dem Bett stieg, machte ich mir wie jeden Morgen meinen Kaffee und dann sah ich diese Bilder. Das ist wirklich so, das erinnert mich gerade so krass an World Trade Center, wo halt wirklich so dieses Trauma, dieses kollektive... Ja, wie so ein kollektives, nationales Trauma der Bundesrepublik. Als die Autos brannten. Man muss sich das noch mal vor Augen führen. Früher, in Hochzeiten, wo die Linke noch ganz anders drauf war und organisiert war und kräftete, war das einmal im Jahr so ein Ereignis. Und die laden das jetzt halt so auf, als wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, die fucking Welt untergegangen. Ja, also natürlich, G20 war ein besonderes Ereignis, auch für Militanz in Deutschland, aber keine Ahnung, da muss man einfach nur mal zu irgendeinem Ostdeutschland-Derby irgendwie Leipzig oder so Fahne. Das sieht so ähnlich aus. Und da tauchten auf einmal Personen auf, die die Elb-Chocé am Hafenrand im Brand gesetzt haben. Als Demonstration sucht, sie sind wahllos durch die Straße gegangen und haben alles, was nicht nid- und nagelfest, eingeworfen und angezündet. Dann werden eben die Polizeibehandlungen begrüßt mit ganz Hamburg-Hastische Polizei oder mit Personen, die eben ACAB tragen. Und wo ich mir natürlich dann die Frage stelle, was soll das jetzt? Okay, das ist natürlich ein schwerer Start. Kannst du einmal kurz erklären, wofür das steht? ACAB ist die abkürzend für All Cops a Bastards. Richtig stolz, wie das sagt. Polizisten sind Bastarde. Das ist natürlich eine deutliche Statement. Wie kommst du selber? Ich stelle dazu. Du packst dir das hier gerade hin. Ich habe es scheinlich gesehen. Du willst ja, dass man das wie. Das ist deine Haltung. Das ist meine Haltung gegenüber der Polizei, ja. Wie kommst du dazu? Ich selbst wurde einmal, das war nach einer Demo, wurde ich in der Nähe meines Wohnortes, in einem Park von, erst kam ein Streifenwagen und als die mich gesehen haben, sind die erst weitergefahren und keine zwei Minuten später saß ich bei uns auf der Bank an einem Park und dann kamen gleich zwei Streifenwagen an. Beide mit Blaulicht und beide vor mir angehalten, die Polizisten. Ich sehe das gerade. Kann das sein, dass er ein Bändchen mit CSD Bochum um hat? Ist er so ein Hammer und Meißel, weil da steht CSDB. Das könnte auch Berlin oder so sein. Jetzt habe ich echt Angst, dass der bei uns aus der Region kommt. Recht, recht, das sehe ich ja gleich noch. Man weiß, zwei Polizisten mich geschnappt auf den Boden in den Dreck, Knie im Nackenbereich gehabt und ein Knie auf dem Kopf. Ja, ich konnte nichts sagen. Die haben meine Sachen genommen, haben alles durchsucht, haben auch mein Portemonnaie und mein Perso zu finden und haben mich dann kontrolliert. Und die haben keinen Grund gesagt, warum sie jetzt dich überprüft haben. Also sie sind einfach aus den zwei Streifenwagen rausgesprungen, haben einen von der Bank runtergerissen und in den Dreck gedrückt. Für mich ist das immer schwer vorstellbar. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin 33 Jahre bei der Polizei. Ich kann natürlich nichts ausschließen, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe es persönlich noch nicht erlebt. Michael, jetzt ist aber in den letzten Jahren auch rausgekommen, dass es auch in der Polizei schwarze Schafe gibt, Menschen, die sich teilweise in WhatsApp-Gruppen mit rassistischer Veranlagung vereinigt haben und die laufen dann mit derselben Uniform rum. Und da würde mich interessieren, wie gehst du selber damit um? Weil ihr seid ja Kollegen und wenn du sowas mitkriegst, also ich weiß nicht, das ist ja noch aus der Schule, ist jetzt nicht so cool, wenn man dann zum Lehrer geht und sagt, ja hier, der ist voll blöd gewesen, das stellt dich jetzt nicht irgendwie ins Bessere nicht intern. Also diese falsche Kollegialität, die gibt es nicht. Die habe ich auch noch nie kennengelernt bei uns. Komm Junge, was? Wenn ich feststellen würde, da hat jemand diese WhatsApp-Gruppe und da wird sowas verbreitet und ich erlange sowas womöglich selber, dann würde ich dagegen auch sofort vorgehen. Also ich würde auch zu meinen Vorgängsätzen gehen oder ich würde zur Disziplinarstelle gehen und einer Anzeige stellen, dass sowas vorhanden ist. Das ist statistisch gesehen halt Quatsch. Es ist halt einfach ein Ammen-Märchen. Klar kann das sein, dass er jetzt da persönlich der größte Saubermann ist, nehme ich ihm auch sofort ab, geschenkt. Aber also zu sagen, es gibt da keine falsche Kollegialität innerhalb der Polizei und keine Kameradschaft, die was weiß ich was über eben die Kolleginnen dann deckt, wenn sie konkrete Straftaten begangen haben, das ist, wie du es genau sagst, einfach statistisch belegt, dass es einfach eine Lüge ist an der Stelle. Und selbst wenn, das muss man ja auch nochmal sagen, bei diesem ganzen Versuch, eben diese Probleme der Polizei von ihr selber zu trennen, als einfach nur die schlimmen Auswüchse, ja da muss man sagen, die Auswüchse von was, das ist halt was, was in dieser Institution angelegt ist. Das entsteht eben daraus, wie dieser Staat aufgebaut ist und wie diese Institution aufgebaut ist. Und deswegen frage ich mich dann immer, wenn dann gesagt wird, wenn es immer diese Reportagen, diese Reports gibt, dass dann da eben aufgedeckt wird, ey, hier rassistische Polizeischätze, ey, hier Morde, Gewalttaten durch Polizei, das ist halt was, was einfach aus dieser Institution selber erwächst. Das kann man nicht davon abtrennen. Das ist doch logisch, so wie das aufgebaut ist, so wie die Leute denken, dass sowas dann auch mal passiert. Und auch, wenn der Bürger das mitkriegt oder mein polizeiliches Gegenüber das mitkriegt, es gibt so viele Institutionen, auch außerhalb der Polizei, die, oder außerhalb des Polizeigebäudes oder des polizeilichen Rahmens, wo man sich tatsächlich dran wenden kann und wo man dann eben nicht das Gefühl hat, so, da wird jetzt ein Polizist, ich sage mal, ich zeige jetzt einen Polizist an, aber mir sitzt selber ein Polizist gegenüber. Sondern es gibt inzwischen... Deswegen haben wir auch eine Aufklärungsrate von zwei Prozent. Ja, es gibt... Funktioniert. Grandios. Es gibt einfach faktisch keine Institutionen, die die Polizei kontrolliert. Das macht die Polizei, also... Und das... Genau das... Mit einer deutlich schlechteren Aufklärungsrate als bei wahrscheinlich sogar Fahrraddiebstählen. Also genau das existiert tatsächlich nicht, was du jetzt probierst zu verklickern, dass es existieren würde. Vielleicht meinte er, dass man sich dann als Whistleblower an irgendwelchen Investigativjournalisten da verwenden muss. Ob das die Kameradschaft gerne sieht? Stellen, die außerhalb der Polizei angesiedelt sind, wo man hingehen kann und sagen kann, ihr, der hat was Falsches gemacht, den möchte ich gerne anzeigen. Was würdest du machen, wenn ihr auf einer Demo seid unterwegs? Es ist eigentlich total friedlich und dann wird jemand wie Punk von Kollegen zusammengeschlagen, die sagen hinterher. Er war jetzt ein bisschen überzogen, aber komm, lass mal einen Schwamm drüber machen und du bist am Ende der Einzige, der nicht dabei gewesen ist, aber du hast alles gesehen. Nein, ich würde mich da... Also das würde tatsächlich mein Gewissen nicht schaffen. Ich würde da tatsächlich eine Strafanzeige schreiben. Bei Straftaten muss ein Polizist tätig werden, schon aufgrund der Gesetzeslage, ansonsten mache ich mich strafbar. Das möchte ich auch nicht, sonst habe ich dienstrechtlichen Folgen. Und dann habe ich auch das Problem, dass wenn ich womöglich dabei erwischt würde, ja womöglich ich selber dieses Waffen verliere und dann eben das Recht nicht mehr verteidigen kann. Und das ist für mich nicht vorstellbar. Mich würde jetzt aber auch ich finde ich ja nochmal interessieren, was für Situationen du vielleicht erlebt hast, wo Demonstranten euch gefährlich geworden sind. Ich glaube, das war der Anfang so. Wie ich schon sagte, also ich bin sowohl damals in Rostock-Lichtenhagen, Situationen, die beide noch nicht kennen, damals bei den Ausschreitungen an dem Haus, wo Ausländer untergebracht worden sind oder Flüchtlinge damals untergebracht worden sind, wo wir mit sehr vielen Kollegen aus Hamburg dann zur Unterstützung hingefahren sind, aber dann eben auf dem Rückweg 20 gefehlt haben. Die waren dann eben nicht mehr dabei, weil die dann eben verletzt waren und noch ärztlich behandelt worden sind oder im Krankenhaus waren. Oder mein Helm selber kaputt war danach oder mein Helm schon mehrfach kaputt gegangen ist auf anderen Demonstrationen, meine Kleidung, dass ich Steine, blaue Flecken, dass ich mit Halskrausen nach Hause gekommen bin, dass ich blaue Augen hatte. Steinbewürfe habe ich reichlich erlebt und die sind unangenehm und die tun tatsächlich, da kann man auch und so wird das ja oftmals auch argumentiert, ihr seid ja gut geschützt, ja, wir haben Beine an, wir haben Suspensionsschutz, wir haben natürlich oben den Oberkörperschutz, aber es ist ja nicht alles abgedeckt, ich bin ja nicht Robocop, sondern ich, darunter steckt ja Haut und Fleisch und sobald es einen trifft, tut es weh. so das Gefühl, gleich auf eine Demo zu gehen und zu wissen, okay, es werden Steine fliegen oder es wird Gewalt geben, das hat man ja auch als Linker zum Beispiel, also ich kenne dieses Gefühl auch vielleicht in einer etwas anderen Form, weil, ähm, mich trifft die Gewalt ja nicht zuerst, aber die Gegengewalt würde mich dann theoretisch auch mit treffen. das war eine ganz interessante Aussage, mich trifft die Gewalt nicht zuerst. Wer sagt das halt bitte? Also wer sagt als Linker so, ja, mich trifft ja die Gewalt nicht zuerst und, ähm, ja, ich weiß schon, ich bin immer schon richtig geil, wenn ich auf Demos gehe, um Steine zu werfen. Also, erstens, es kommt so gut wie nie vor, so gut wie nie, dass halt Steine auf Demonstrationen in Deutschland geschmissen werden. Das ist ein absolutes Novum mittlerweile, in einem größeren Umfang, bis auf das mal für irgendwer eine Pulle schmeißt oder so, äh, ist das halt eine Sache, die passiert maximal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in einem größeren Umfang, zumindest in einem Demonstrationsgeschehen in einem größeren. Das existiert so fast nicht mehr. Und, das Zweite dann, zu sagen, wenn man in Deutschland regelmäßig auf linke Demonstrationen geht und er sagt, ja, ich fahre 50 Demonstrationen, ich bin der geilste. Und dann sagt, ja, äh, von, äh, von uns geht ja dann höchstens, ähm, die, geht ja immer der Angriff aus und, und wir sind dann halt nur, bekommen halt nur ab was, wenn wir was gemacht haben. Das ist sowas von fucking lächerlich, weil die Realität ist halt einfach, dass wir ständig natürlich was abbekommen. ständig anhand von Bagatelldelikten, das ist ja die gesamte Strategie der deutschen Polizei, dass wenn du das, das Halstuch ein bisschen zu hoch ziehst, wenn du, äh, mehr Gesichtspartien verdeckst, als du dann im Vermummungsgesetz, äh, beschreibst darfst, wenn das und jenes ist, da passiert an ganz, ganz vielen Stellen richtig viel direkt. Klar sind das oft nur niedrigschwellige Repressionen mit irgendwie Demonstrationen anhalten, sonst was, aber das halt einfach wollen mal in eine Demo reinrennen, sich da halt durchboxen und halt einfach irgendwen da rausholen, der halt sein Halstuch ein bisschen zu hoch hatte und dann halt vier Leute verletzt am Boden liegen, das ist eine Realität, die wir eigentlich in jedem Monat, gibt es mehrere Vorfälle dieser Art in Deutschland und und wenn ich auf 50 Demonstrationen war, dann habe ich das mindestens 10, 15 Mal erlebt, mindestens. Da muss man ja auch nochmal sagen, das ist eine ganz bewusste Strategie, die eben auf einem langjährigen Gewaltabbau von der Polizei angesetzt ist, weil sie eben immer diese erzieherischen Maßnahmen durchgesetzt haben und das ist eben auch was, was mehrere Polizeistellen tatsächlich auch von anderen Ländern jetzt von Deutschland sich so ein bisschen abgucken, halt weggehen von einfach nur direkter Gewalt und hau drauf und einfach nur so keine Ahnung, wann wo, wann wo wie viele so einfach alle drauf, sondern eben dieses immer direkt gezielte Gewalt einsetzen und deswegen muss die deutsche Polizei auch weniger Gewalt einsetzen, weil sie halt auf diesem großen vorherigen Gewalteinsatz aufbauen kann und das ist halt auch was, was dabei halt vergessen wird, auf wie viel Gewalt da eben aufgesetzt wird und du hast natürlich recht damit, das ist halt absurd, so wie das jetzt hier dargestellt wird, weil von Anfang an, das hat ja auch nicht nur was mit eben fliegt jetzt ein Stein oder wer hat angefangen zu tun, sondern da stellt sich halt eine behelmte und bewaffnete Truppe aus, die von Anfang an sagt, wir haben hier das Gewaltmonopol, wir setzen hier durch und ihr könnt uns schön hinterherlaufen und wenn ihr nicht nach unseren feingegliederten Regeln spielt, so dann seid ihr dran, dann seid ihr hier mit der vollen Gewalt dieses Staates, die wirklich, und das muss man ja da sagen, dieses Gewaltmonopol hat und das heißt halt was, so und deswegen einfach, nee. Das ist wirklich schwer, da einfach nur rumzuargumentieren, weil das so schmerzt das heißt. Aber das ist ja eine ganz klare Aussage, warum die Polizei womöglich jetzt wollen wir da einzuschmeißen. In welchen Situationen würdest du handgreiflich werden, also, ja, deine Gerätschaften einsetzen, wenn jemand gewalttätig wird oder wenn Sachbestimmungen stattfinden oder ab was für einem Punkt? Also ich würde Gewalt einsetzen mit meinen Mitteln, die ich habe, einen Schlagstock oder eben auch Pfefferspray, wenn ich die Rechte von anderen Parteien muss. Das ist hier keine individuelle Entscheidung von Herrn Lampenlampenrecht. Das kann Gewalt gegen Personen sein und ich den Entschluss verfolge, dass ein anderes Mittel dann eben auch nicht mehr hilft, also ein womögliches Wegschieben oder ein Wegschubsen. Das kann auch eine Situation geben, wo ich nicht mehr zögere, also wo ich natürlich sofort den Schreibblock einsetze. Und das sind dann eben die Situationen, wo es kein anderes Mittel mehr gibt, weil ich nicht mehr abwarten kann. Kannst du uns mal eine so eine Situation umgegriffen? Irgendwas, was du wirklich ganz konkret erlebt hast. Ich bin also mit bedrängt worden von Demonstranten, die auf mich zugegangen sind und mich geschlagen haben. Dann setze ich mal einen Schlagschock ein, um mich selber zu verteilen. Okay, ich glaube dafür ist er dann auch gar nicht. Ich glaube, das ist ja auch für dich dann in dem Moment total nachvollziehbar. Ja, das ist nachvollziehbar. Aber wir sind dann gerade in dieser Frage gewesen, wann würde ich das einsetzen? Da komme ich dann natürlich auf die Idee, warum werden Steine gegen Polizeibeamte eingesetzt? Warum ist das tatsächlich so? Warum müssen Polizisten mit Steinen beworfen werden? Ja, das erschließt sich uns nicht. So, warum wirft man mit Gegenständen und da will ich jetzt nicht. Das finde ich halt auch so geil. Das ist ja eine rein moralische Argumentation. Also das ist ja auch von ihm. Das ist ja im Prinzip dieses gesamte Format, was wir uns hier gerade angucken, ist ja rein moralisch und drückt ja auch wirklich nur genau dieses Straßengespräch aus, was halt von der Bild-Zeitung getriggert wird, wo dann einfach abstrahiert von Verhältnissen, abstrahiert von konkreten Situationen, abstrahiert von, worum es eigentlich geht. Einfach, wieso wirfst du Steine? Wieso verletzt du Menschen? Wieso verletzt du? Wir sind doch auch Menschen. Aber guck mal, da muss man ja auch wieder sagen, das ist halt das, wo solche Leute, die auf so einem Niveau argumentieren, halt brillieren können. Wo sie auch gewinnen können gegen so Leute wie Punk, wenn man so eine Schablone sich da vorstellt. Und das meinte ich ja auch gerade in dem Punkt mit, wenn wir über Militanz reden, müssen wir halt über die Verhältnisse sprechen. So, wenn wir über Gewalt sprechen, müssen wir über die Verhältnisse sprechen. Weil ja, auf so einer moralischen Ebene kann es dann mal sein, wenn du halt, ich muss es mal sagen, so eine Elendsgestalter sitzen hast, dann kannst du auch gegen Herrn Lambrecht ganz einfach mal verlieren. Und deswegen dürfen wir uns auch gar nicht auf dieses Rumoralisieren, was die da machen, einlassen. Ja, wir müssen darüber sprechen, wo gibt es problematische Gewalt? Und wir müssen darüber sprechen, wie gehen wir das als revolutionäre Bewegung an? Und wie verhindern wir Gewaltspiralen? Und wo sehen wir da problematische Aspekte, die noch mit anderen Herrschaftsinstitutionen und Unterdrückungsmustern zusammenfallen? Das ist alles eine wichtige Diskussion, aber in sowas müssen wir weg von dem Moralisieren, weil sonst können wir nur verlieren. Sonst enden wir so wie Punk. Sonst endet ihr so wie Punk. Wollt ihr so enden wie Punk? Ich alle über einen Kamm ziehen, aber bis mal mit Gehwegplatten, wie kann man einen Menschen mit Gehwegplatten beschmaßen? Ab einem gewissen Punkt der Gewaltbereitschaft ist halt die Hemmschwelle so niedrig, auch z.B. potenziell tödliche Gewalt einzusetzen, wie halt so eine Gehwegplatte oder ein Stein, der potenziell tödlich sein kann. Man ist auf einer Demo, wenn man in diesem Block ist, in diesem Block aus komplett vermummten, schwarz gekleideten, einheitlich gekleideten Leuten. Man pusht sich gegenseitig so ein bisschen hoch, also die Stimmung hebt sich an. Wer beschreibt das denn selber so? Und man sich als Einzelner denkt, die Polizei kann mich eh nicht verfolgen. Wir sind alle komplett schwarz-grey, wir sind alle gleich aus. Aber dann ist das okay, denjenigen da zu treffen. Der fällt womöglich um und dann ist das in Ordnung. Und was habe ich damit erreicht? Ja, die Sache ist, die Polizei schützt ja den Staat und die Verfassung. Und Leute, die diesen Staat und diese Verfassung ablehnen, wie Teil der linksextremen Szene das tun, die sehen natürlich dann die Polizei als Feind, weil sie das beschützt, was sie zerstören wollen. Und dann muss dann halt erst die Polizei zerstört werden. Nimmst du die Verfassung ab? Mh, nein. Nein! Er sagt nein! Wieso sagt er jetzt plötzlich nein? Er will Leute totschlagen, aber er ist nicht gegen die Verfassung. Puh, was passiert hier, Punk, Mann? Ich verstehe es nicht. Ja, er möchte halt einfach selbst Justiz mit in die Verfassung aufgenommen. Einigkeit, Recht und Totschlag. Sonst würdest du das ja nicht tun. Also zum Beispiel, dass Recht auf körperliche Unversehrtheit hat. Ja, ich missachte sie in einigen Punkten. Also, was sind denn Verfassungsgüter für dich, die du womöglich beachtest? Oh. Ja, Artikel 1 natürlich. Die Würde des... Also, die Würde des... Also, getroffen werden von einem Stein ist nicht die Würde. Also, du verletzt nicht meine Würde. Als Verteidiger des Staates. Würde ich jetzt nicht sagen. Also, die Würde würde ich verletzen, wenn ich noch nachtreten würde. Wenn du ermordentlich. Aber du fühlst dich doch wahrscheinlich auch in deiner Würde verletzt, wenn die Polizei ankommt und dich einfach auf den Boden schmeißt und durchsucht. Dann fühlst du dich doch wahrscheinlich... Das ist doch... Das ist doch eine Argumentationskette, wo jeder Mensch, der bis drei zählen kann, halt schon bevor er es ausspricht, weiß, dass er halt nur verlieren kann. Das ist doch offensichtlich. Wenn ich sage, ja, Würde des Menschen ist unantastbar, aber ich bin für Totschlag. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Also, wer argumentiert so? Das ist... Das kann nicht sein, so. Ich kann... Also... ...in deiner Würde verletzt. Nein. Du hast dich doch vorhin darüber beschwert. Ja. Also, irgendwas muss ja passiert sein mit dir. Das hat mich nicht in der Würde verletzt, das hat mich eher, ja, traumatisiert verängstigt. Okay, also, ja, ich glaube, ähm, der, der Begriff der Würde ist schon ziemlich klar definiert, dass, wenn ich dir einen Stein an den Kopf schmeiße, ist es natürlich deine körperliche Unversehrtheit zum einen, die ich damit gefährde, aber das ist natürlich auch entwürdigend, wenn ich, wenn ich Gewalt dir gegenüber anwende, äh, dann, dann respektiere ich dich auf keinen Fall. Also, in dem Moment definitiv nicht. Also, das musst du auch unterstreichen. Okay, gut, dann in dem Fall ist es ja richtig. Nur wenn, wenn die Verfassung irgendwie in vielen Zulich für dich dann, doch so, ne, schwierig ist, du merkst ja, du sagst einerseits, die ist, die ist eigentlich zu achten, für dich persönlich, für viele aus deiner Szene nicht, aber du schon, mit deinem Handeln, bist dann aber doch manchmal, sehr deutlich dagegen. Ja, stimmt, das ist halt, sehr offen widersprochen, wenn man in einer linken Szene ist, sag ich mal so, widerspricht man sich gerne mal selbst. Michael, mich würde jetzt interessieren, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, so hat der Herr Punk gut verinnerlicht. Also, hat der das wirklich gesagt? Das ist ja, ich kann, vielleicht ist es auch da, da ist, wir wissen es nicht. Was wir für euch tun halt, zwingt uns nie wieder, so ein Video halt ganz angucken zu müssen, das ist wirklich schlimm. Das Schlimme ist, ihr werdet gierig werden, das weiß ich genau. Sobald wir dieses Video jetzt hier, äh, das ist so richtig, gestellt haben, dann werden die Leute uns jeden Rattencode zusenden, das ist richtig, das ist alles aushalten. Ihr seid richtig sadistisch veranlagt, das ist echt schlimm. Du hast den Sticker von Punk gesehen, wie geht's dir damit, wenn hier jemand, der übersetzt sagt, alle Polizisten sind was da? Also mir geht's gerade gar nicht gut, Leute. Ich halte diesen Gedanken inzwischen aus. Ich nehme ihn bisweilen auch gar nicht, mehr für ernst, wo ich diesen Widerspruch auch einfach drin sehe, ACAB, weil ich mir durchaus eine Situation vorstellen kann, die auf dem Weg nach Hause passiert. Er wird überfallen, der Familie passiert, was deiner Familie passiert, irgendwas wird angegriffen, es wird eingebrochen, das Oro ist geklaut, das Fahrrad ist geklaut und jagt ihn. Und dann weiß ich, wer angegriffen wird. Selbst in Zukunft ist auf den Tod. Und das ist das, was mich, was das Ganze für mich dann auch unglaubwürdig macht, weil in Teilen sind wir gut und auf Demonstrationen ist die Polizei schlecht. Hier sitzt Michael, du hast diesen Sticker. Fündest du, das trifft auch viel zu? Nö, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe in diesem Interview nicht. Natürlich habe ich keine Erfahrung, wie er sich im Dienst verhält, ob er sich denn im Dienst regelkonform verhält. Wenn er das trifft, dann trifft das natürlich nicht auf den Zwingen. Dann ist da keiner dieser Polizisten auch, die das zu trifft. Okay, dann stellen wir uns vor, nächste Woche, Großdemo, wieder G20. Und dann steht euch gegenüber. Halt genug, sagst, ich bin mit dabei, voll motiviert, jetzt kann ich endlich die Steine schmeißen. Ich sag mal so, auf einer Demo ist man jemand anders als privat. Also, das gilt für uns meistens. Und wir, also viele von uns sehen die Polizisten auch dann nicht mehr als Privatpersonen, sondern als Polizisten. Und von daher, wer dann erstmal, dass er Kinder hat oder Familie, würde dann erstmal unter den Tisch fallen. Weil er dem nur ein Polizist ist für uns alle. Das ist ja auch der Ende. Das Menschen ist unantastbar. Oder bin ich das nicht? Ja. Das ist halt so geil, weil halt diese gesamte Argumentationslinie ja natürlich komplett zu 100% auf der Seite von Herr Lambrecht ist. Und wie du es auch schon sagst, seit wann werden wir denn als Menschen auf Demonstrationen wahrgenommen? Also, wenn man das halt schon so moralisch jetzt irgendwie so aufladen will und aufmachen will, jeder Mensch, der ein paar Jahre in einem politischen Kontext unterwegs ist, weiß doch ganz genau und merkt das am eigenen Körper, dass man nicht als Mensch behandelt wird. Du kommst auf eine Demonstration, das kann auch irgendwas von vornherein komplett friedliches sein, wo du halt dann schon in der U-Bahn abgefangen wirst, von irgendwelchen mit Hasskappe und Sturmhelm auf und die halt sagen, na, heute kriegt ihr scheiß Zecken auf die Fresse. Heute machen wir euch fertig. Heute brechen wir euch die Beine. Das ist halt die fucking Realität, die uns halt entgegenschlägt. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was so einseitiges, eindimensionales. Wir entwürdigen diese Menschen und wir werden so komplett geachtet und es wird immer der rote Teppich ausgerollt und alles wird mit Samthandschuhen und alles läuft 100% geil ab und dann so. Und dann, ja, könnt ihr das nicht wertschätzen? Dass wir euch beschützen. Dass wir euch beschützen. Also, diese Erzählung ist halt so gestört. Also, biologisch gesehen schon. Ja, gut, mein Lieber, also, das ist ein Problem. Schwer, schwer, schwer. Nur einmal nochmal zurück. Ist das ein Mensch? Wahrscheinlich ist das ein Mensch. Von daher, wäre dann erstmal, dass er Kinder hat oder Familie, würde dann erstmal unter den Tisch fallen, sozusagen, weil er in dem Moment Polizist ist für uns alle. Er ist ein Mensch. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder bin ich das nicht? Ja, so biologisch gesehen schon. Okay. Ja, gut, mein Lieber, also, schwer, schwer, schwer. Natürlich, natürlich auch als Polizist. Gut, vielen Dank. Das ist schon hart. Also, das muss ich schon sagen. Mich würde jetzt ganz brennend mal interessieren. Einmal noch eine Sache zu der Würde des Menschen und diesem ganzen Verfassungskramm. Da muss man sich ja auch fragen, das wird ja immer, das ist ja auch wirklich so, der Absatz in der Verfassung oder im Grundgesetz, der ja immer hochgehalten wird. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, was bedeutet denn Würde in diesem System? Was ist die Würde, die eigentlich noch übrig bleibt, die da nicht antastbar ist? Des Menschen. Weil scheinbar ist es schon mal ein ziemlich großer Unterschied in Deutschland, ob man eben Staatsbürger ist oder eben nicht. Da wird die Würde dann schon mal ganz anders ausgelegt. Und wenn ich mir so angucke, wie unsere Gesellschaft verfasst ist, also nicht unsere, sondern die Gesellschaft dieses bundesdeutschen Staates, dann sieht es ja auch so aus, dass die Würde ziemlich unterschiedlich definiert sein kann, je nachdem, wie viel Geld man in der Tasche hat und was für eine Funktion man in diesem Staat ausübt. Und dann auch noch, unter was für eine Kriminalisierung man vielleicht fällt, weil man schwarz gefahren ist, weil man mal seine, ja, kein Geld mehr am Ende des Monats hatte und deswegen vielleicht Sozialbetrug begeht oder im Laden klauen muss, weil man eben keine Kohle mehr für Essen hat. Da kann die Würde des Menschen dann schon mal ganz anders ausschauen. Oder eben, wie wir es gesagt haben, wenn man, ja, diesen Widerspruch zwischen, diesen Widerspruch in diesem Staat und Kapitalismus ausmacht und dagegen agieren will, dann kann die Würde auch ganz anders aussehen. Und dann kann man sich wirklich fragen, was bleibt von dem, was da so groß geschrieben wird mit der Würde des Menschen eigentlich übrig? Weil wenn wir wirklich Würde so auslegen, wie der Herr Lambrecht das da tut, dann scheint es mir doch wirklich so, dass diesem Staat, wenn er sich diese Verfassung meint zu geben, an der Würde des Menschen gar nicht so viel liegt und er alltäglich diese Würde des Menschen antastet, also all die, die sich, so wie Herr Lambrecht, auf diesen Verfassungsgrundsatz beziehen, die sollten dann doch mal schleunigts gucken, dass diese staatliche und kapitalistische Gesellschaft ziemlich umgemodelt werden muss, damit das auch wirklich gilt. Was ihr da draußen denkt, was ihr Zuschauer vielleicht noch für Fragen habt, weil wir haben jetzt schon super vieles besprochen, wir haben Michael gut kennengelernt, wir haben auch von Punkseite einige Geschichten erfahren. Gibt es irgendwas, wo ihr selber sagt, okay, da müssen wir mal noch drüber diskutieren, vielleicht sogar in dieser Kombination, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich denke, wir werden auch alle drei das Ganze verfolgen, was er da so schreibt und vielleicht müssen wir uns auch noch mal in so einer Runde treffen, um dieses Thema weiterhin zu besprechen, weil ich glaube, hier ist noch einiges aufzuarbeiten. Mich würde jetzt gegen Ende mal noch interessieren, was können wir denn machen? Weil die Situation, die sie jetzt geschildert hat, ist total verfahren aus meiner Sicht. Ich habe irgendwie gar nicht so das Gefühl, dass hier so die nächste Demo dann friedlich verläuft und die übernächste und wir irgendwie wirklich in eine positiveren Zukunft schauen können. was könnten denn die Polizisten aus deiner Sicht tun, besser machen, damit es in Zukunft friedlich läuft? Solange keine Straftaten passieren und das ist mein Appell auch an die Szene, keine Straftaten begehen, da gibt es auch keine Konflikte mit der Polizei. Ich antworte mich auf diese Frage. Erstmal ein Statement. Was glaubst du denn auf eurer Seite? Wenn du siehst, dass hier wirklich Bereitschaft da ist, was denkst du, was würdest du auf einer kommenden Demo mit deinen Leuten vielleicht besser machen können, damit es halt nichts zu verletzten und vielleicht irgendwann auch tot ist. Ich will dich das hell am Bericht geben. Ja, nicht mit so einer Intuition reingehen, sich prügeln zu wollen, was wohl einige tun und einfach nicht mehr die Gesetze so übertreten, dass die Polizei eingreifen muss. Also weniger Sachbeschädigungen begehen und nicht aus dem Demo-Block raus oder Demo plötzlich verlegen, ohne dass die Polizei davon was weiß, weil das führt dann natürlich zu Gewalt. Oh ja, das, was ich jetzt mitnehme aus dieser Debatte ist, ist, dass wir uns 100% an die Gesetze halten sollen und nicht mehr unsere Demo halt woanders machen sollen, als wo die Polizei sagt. Ja, das wird garantiert funktionieren und vor allen Dingen ist das ja auch voll die gute Idee, weil wenn wir uns 100% an die Gesetze halten, wenn wir uns 100% immer an das halten, was die Polizei sagt, dann können wir voll gut unsere politischen Ziele umsetzen. Das habe ich als Punk jetzt voll begriffen, weil das ist ja alles voll garantiert so in diesem Staatswesen. Wir können ja einfach unsere Meinung äußern und können einfach ganz normal demonstrieren und deswegen können wir doch einfach uns jetzt daran halten. Wieso haben wir eigentlich davor unangemeldete Demonstrationen gemacht und so weiter? Das verstehe ich jetzt im Nachhinein nach diesem Gespräch gar nicht mehr verrückt. Herr Lambrecht, damit ich nicht mehr rausgezogen und verprügelt werde, könnten Sie mir vielleicht dann noch eine Checkliste mitgeben, wie viele Gesichtsmerkmale ich nicht verdecken darf, damit ich nicht für eine Vermummung rausgezogen werde? Das wäre wirklich lieb. Ich meine, manchmal sind es zwei, manchmal drei, manchmal reicht auch schon irgendwie nur der Mund. Mensch doch gar nicht mehr mit. Zu Maßnahmen von der Polizei aus. Ich glaube, dass bei dir einige Sachen vielleicht auch Klick gemacht haben, warum Dinge so und so verlaufen und vielleicht hat dir das heute mal die Möglichkeit gegeben, einen Menschen kennenzulernen, der da ein zweites zweimal gegenübersteht. Ja, irgendwie ein nimmer Mann ist, der von Rechtsextremen wieder zu Linksextremen gewechselt ist und ja, heute vielleicht auch durch so ein Gespräch mal ein paar innere Widersprüche halt kennenlernen dürfen und ich selber bin super dankbar, dass ihr das Gespräch so in der Form gemacht habt, weil es unselbstständig ist. Ich glaube, das ist für viele Menschen da draußen ganz, ganz wichtig und ich wünsche mir einfach, dass wir es gewaltlos schaffen, weil wir sind im 21. Jahrhundert, wir es ist einfach so viel, so viel Technologie um uns herum, wir sind so weit entwickelt und dann kommt es trotzdem dazu, dass wir uns da irgendwie bei so Straßenkämpfen auf die Nase hauen, am Ende sterben Menschen, es kommen Leute zu Schaden, also ständig sterben Menschen bei den Demonstraten. Das kann nicht das Ziel sein. Danke euch beiden und danke auch. Ich freue mich schon auf die gewaltfreie Version der deutschen Polizei. Es wird schon gefallen. Spannend. Aber das ist doch typisch, oder? Es war ja eigentlich klar, dass am Ende dieses Videos stehen wird, Hauptsache, es bleibt friedlich. Das ist ja eigentlich so, wenn man sich ja auch generell die Medienlandschaft in der Berichterstattung über Meinungsäußerungen in Deutschland in irgendeiner Form anguckt, ist das eigentlich immer das Hauptding. Es ist ganz oft so, okay, also es gab eine Demonstration zu diesem und diesem Thema. Es blieb friedlich. Oder es gab eine Demonstration zu diesem und diesem Thema. Es kam nur zu kleineren Ausschreitungen und zum Glück blieb es größtenteils friedlich. Also das ist ja eigentlich immer der Hauptpunkt, worum es eigentlich nur noch geht. Es ist völlig inhaltsentleert. Es geht überhaupt nicht mehr darum, was da passiert, sondern es geht nur noch darum, es ist friedlich geblieben oder nicht friedlich geblieben. Und dann ist es schlecht. Es ist schlecht, wenn es nicht friedlich geblieben ist. Es ist gut, wenn es friedlich geblieben ist oder nicht gut, sondern es ist dann einfach so, okay, es ist einfach nur passiert, wenn etwas nicht friedlich geblieben ist. Dann ist es nicht nur passiert, sondern es ist auch noch halt schädlich und scheiße, egal worum es jetzt letztendlich geht. Aber das muss man ja auch wirklich mal so sagen, weil das ist absolut richtig. Das, was diese Art von Berichterstattung machen möchte, das, was sehr viel auch beim Verfassungsschutz gemacht werden möchte, wenn die darüber sprechen und auch was in diesem Video, ich möchte Nero jetzt, das hat auch echt viel stabile Sachen gemacht, ich möchte ihm das jetzt nicht unterstellen, aber was dieses Video ausdrückt, ist ja egal, was für eine Intention dahinter steckt, ist eine Entpolitisierung der radikalen Linken und jeglichen sozialistischen Ansätzen, die Staat und Kapital hinterfragen oder eben in eine andere Gesellschaft transformieren möchten. Das ist das, was das macht. Das entpolitisiert das. Hier in dem Punkt individualisiert das, das auf eine gewisse Schablone, auf einen Menschen, bei dem nichts anderes gilt, bei dem kein anderer Inhalt mehr hintersteht, als Gewalt ausüben, halt angehalten an ein paar Phrasen, die eben nicht artikuliert werden können. Und dann wird da eben dieser Hauptwiderspruch aufgemacht, es geht um Gewalt. So, weil da, da wie gesagt, kann man das dann eben in diese moralische Sphäre überführen und da kann dann auch ein Herr Lambrecht sich als den großen glänzenden Ritter darstellen. Das ist dann natürlich, selbst wenn wir nur auf dieser moralischen Ebene bleiben würden, ist das halt lächerlich, wie das da dargestellt wird. Das haben wir ja auch an ein paar Punkten gesagt. Aber das ist das, was da versucht wird. Es wird versucht, diese Politik rauszunehmen, weil da könnte man wirklich mal argumentieren und da könnten wir auch wirklich brillieren. Aber das ist das, was da gemacht wird und was auch an so vielen anderen Punkten eben immer und immer wieder passiert von außen, obwohl wir uns auch immer und immer wieder darauf einlassen. Und so funktioniert eben keine Medienarbeit für die radikale Linke. So, auch wenn es jetzt lächerlich ist, das eben als ein Beispiel dafür zu nehmen, dass die radikale Linke das versucht hätte. Aber Versatzstücke davon finden wir immer wieder in den Medien und es werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Und da ist es so, also wir gucken uns jetzt noch die letzten 20 Sekunden an, dann haben wir es auch an die Zuschauer, die wir es hier zugeschaut haben. Ich bin gespannt auf eure Meinung und vielleicht sehen wir uns ja noch ein weiteres Mal. Schreibt gerne eure Fragen unten rein. Hier sind noch irgendwo ein paar Videos eingeblendet. Sucht euch was davon aus und zur Verabschiedung dürfen wir Linke. Macht's gut. Tschüss. Grüß Gott. Also, ja, man kann da an der Stelle wirklich nochmal festhalten. Ich weiß nicht, was ich festhalten soll. Mein Kopf ist so fucking leer mittlerweile. Vielleicht kann man das daran festhalten. Es macht deinen Kopf leer und das lässt einen auch innerlich leer zurück. Und, ja, mit diesem Gefühl lassen wir euch dann jetzt auch mal aus diesem Video. Ihr könnt euch, ihr könnt uns, ich meine, das hat mich fertig gemacht. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von dem Video? Was ist euch dabei aufgefallen? Haben wir das richtig dargestellt? Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss winken wir dann. Wir freuen uns auf eure Meinung zu dem Thema. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Grüße. Ich bin dran. Auch. fortress. Sehr. Vielen Dank.